SmartThings App – Verwendung zur Gerätesteuerung Nutze für eine komfortable Steuerung des The Freestyle die SmartThings App auf einem kompatiblen Mobilgerät. Starte dazu die zuvor bereits eingerichtete SmartThings App und tippe auf Geräte. Wähle nun einen Raum aus, wo der The Freestyle hinzugefügt werden soll, oder erstelle einen neuen Raum. Tippe anschließend auf das Plus-Symbol sowie auf Gerät hinzufügen. Du kannst nun nach Geräten in der Nähe suchen. Tippe dazu auf Scannen. Der The Freestyle sollte jetzt angezeigt werden und du kannst ihn hinzufügen. Folge nun den weiteren Schritten, um die Einrichtung des The Freestyle in SmartThings abzuschließen. Tippe auf Fernbedienung, um die von der Smart Remote bekannten Steuertasten zu verwenden. Das 4D-Pad verwendest du für die Navigation und Auswahl. Wechsel zum Reiter Kanäle, um durch die Kanäle zu blättern, den vorherigen Kanal aufzurufen oder die Programmübersicht einzublenden. Im Reiter 123 wird dir das Ziffernfeld angezeigt. Ebenso einfach ist es, direkt eine zuletzt genutzte App oder eine App bzw. ein Quellgerät aus der Gesamtübersicht zu starten. Ähnlich verfährst du, wenn du den Ambient-Mode starten oder im Universal Guide eine empfohlene Sendung ansehen möchtest. Weitere Bedienungsoptionen findest du im Menü. Schau dir auch unsere anderen Hilfe-Videos zum The Freestyle an.